Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film und wie jeden Monat zeigen wir Ihnen einen herausragenden aktuellen deutschen Kinofilm und wir freuen uns ganz besonders heute vor dem offiziellen Kinostart. Der beginnt nämlich erst morgen in Deutschland zu touren und ja heute ist auch der Regisseur des Filmes hier. Wir begrüßen ihn noch nicht auf der Bühne, aber schon mal einen Applaus bitte für Till Kleinertz. Herzlich willkommen. Diese Veranstaltung findet wie immer statt in Kooperation mit Deutschlands führender Filmfachzeitschrift EPD Film. Diese Gespräche, die hier geführt werden, die werden auch wie immer zusammengefasst in einem EPD Film Sonderheft mit dem Titel Was tut sich im deutschen Film oder können auch im Internet eben dann wieder nachgelesen oder nachgehört werden. Ist teilweise ganz interessant, was auch die anderen so sagen, was gerade im deutschen Film passiert. Das ist ja auch immer eine Frage, was passiert da eigentlich im deutschen Film? Das ist ja so die Grundfrage. Manchmal hat man so das Gefühl, ja, das bewegt sich alles so auf einem ähnlichen Level, aber das heute ist eine Veranstaltung, wo man wirklich sagen kann, da gehen wir jetzt mal in eine ganz andere Ecke, um den kompletten Querschnitt zu kriegen. Denn seit zwei, drei Jahren gibt es eine Bewegung im deutschen Film, die sich ja unter dem Begriff Genre Nahle ein bisschen zusammengefasst hat, die auch während der Berlinale Genre Filme zeigen und deutsche Genre Filmemacher zusammenbringen wollen. Und das ist wirklich ein schönes Phänomen, dass es seit ein paar Jahren wirklich auch immer mehr Versuche gibt, Genre Filme wieder zu produzieren, sei es im Kurzfilm oder auch im Langfilm und dann ins Kino zu bringen. Und ja, ich möchte ganz kurz einmal schon mal Vorschuss Lorbeeren loswerden, denn die EPD Film schrieb ganz kurz in ihrer Zusammenfassung zum Samurai, ein junger deutscher Nachwuchsfilmer zeigt den Großen, was in diesem Land eben auch noch möglich ist. Knallhartes Horrorgenre mit viel visuellem Verstand und dramaturgischer Tiefe. Fast Thriller und Drama zugleich ist der Samurai ein vielversprechender DFFB-Abschlussfilm. Und das ist natürlich eine ganz großartige Sache. Nicht DFB, wir sind in Frankfurt, aber DFFB. Ja, aber dazu kommen wir gleich und denn wie immer zeigen wir hier keine Werbung, denn wir haben hier mal einen passenden Vorfilm ausgewählt. Der ist insofern nur passend, dass er jetzt kein Horrorfilm ist, sondern ein Genrefilm. Der nennt sich High Wool und Sie werden sehen, wie man mit etwas Wolle einen ganz formidablen Western schmieden kann. Viel Vergnügen. Bis gleich. Ja, das war High Wool und ich glaube, mehr kann man in zwei Minuten nicht erzählen. Das ist eine ganz großartige Leistung für einen Kurzfilm. Aber jetzt begrüßen Sie mit mir Till Kleinert, den Regisseur von Der Samurai hier bei uns nochmal. Herzlich willkommen. Dein Applaus. Ja, jetzt steht die große Kinotour bevor. Du bist auf vielen Festivals gewesen, kommst jetzt gerade aus Paris. Erzähl uns mal, was gerade so in deinem Leben los ist jetzt mit der Samurai. Es menschelt. Ja, es ist ein tolles Jahr bisher gewesen. Der Film hatte halt seine Premiere auf der Berlinale. Wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht, da wurde in der Perspektive Deutsches Kino so eine merkwürdige neue Schiene quasi ein bisschen für den Film entwickelt. Ich weiß nicht, ob die Idee ist, dass man glaubt, dass man einem 20-Uhr-Publikum das nicht zumuten kann und deswegen so eine Mitternachtsschiene noch dazu aufmacht. Lief da wohl ganz gut. Es gab dann viele weitere Festivaleinladungen. Ich bin jetzt das Jahr vor allem auf den sogenannten Fantastischen Filmfestivals unterwegs gewesen. Also Sitges da dann das Größte. Aber auch andere schöne in Straßburg, eine Chatelle, blablabla. Kann ich vielleicht ein bisschen erzählen, was so auch mein Eindruck davon der quasi Szene ist. Ja, willst du direkt mal eine weitere Frage stellen? Es ist ein bisschen anstrengend. Ich wünsche mir, ich bin ganz froh, dass ich jetzt für den Kinostart mal wieder zu Hause sein kann. Also noch nicht ganz zu Hause. Frankfurt ist so die letzte Etappe auf dem Weg dahin. Ja, ich habe es ja auch auf der Berlinale in diesen Midnight-Movies gesehen und das ist natürlich, man hat da einen riesen Wettbewerb. Also es sind ja insgesamt, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele hundert Filme auf der Berlinale laufen. Aber es laufen, glaube ich, nur vier oder fünf insgesamt um Mitternacht. Dementsprechend war das auch so, man kam an einem Film allein schon programmatisch nicht vorbei. Das war ganz gut. Und ja, aber vielleicht, sag uns mal vorab, willst du noch was mit auf den Weg geben, bevor wir uns in den brandenburgischen Wald jetzt gleich mit dem Film begeben? Ja, naja, man sollte sich ja immer zurückhalten, so Gebrauchsanweisungen für den Film mitzugeben. Das kann eigentlich nur scheitern. Grundsätzlich nur zu dieser Genrefrage vielleicht, weil sich, glaube ich, irgendwie alle so in der Besprechung, also der Begriff fällt immer relativ schnell, wenn der Film gerade in Deutschland besprochen wird. Es scheint aber so eine gewisse Unsicherheit darüber zu geben, welches Genre denn nun genau eigentlich, mit welchem Genre genau wir es jetzt zu tun haben. Also ich finde den Begriff nicht ganz unproblematisch. Also, weil ich selber auch Schwierigkeiten hätte, glaube ich. Ich würde es einfach mal so sagen, was immer ihr erwartet beim Reingehen für einen Film zu sehen, es besteht die Chance oder Gefahr, dass ihr einen anderen Film seht, als ihr erwartet habt zu sehen. Ich empfinde das eigentlich immer als einen ganz positiven Effekt, aber ich hoffe, euch geht es da ähnlich. Und hinterher bin ich dann hier und spüre ein hoffentlich fruchtbares Gespräch mit Rudolf. Ich hoffe, ihr bleibt auch so lange. Genau. Ganz herzlichen Dank schon mal, Till Kleinert und nachher sehen wir ihn gleich wieder. Einen herzlichen Applaus nochmal. Schön, dass du da bist. Bitte begrüßen Sie nochmal Till Kleinert, den Regisseur hier bei uns und Rudolf forsche ich, da das Gespräch führen wird. Till. Ja, auch von meiner Seite aus nochmal einen schönen Abend. Schön, dass Sie gekommen sind. Wir machen es ja immer so, dass wir uns hier so ein halbes Stündchen unterhalten, bevor wir dann zu Ihnen dem Publikum überleiten und Sie können Fragen stellen, Kommentare äußern. Aber bevor wir mit dem Reden anfangen, wollten wir Ihnen eigentlich noch jemand zeigen, und zwar mit Kopf. Ja, genau. Wie durch ein Wunder, ich wusste selber nichts, aber heute ist Kaya heute da. Kaya Blachnick. Die Dame im Feuer nenne ich sie jetzt mal. Hallo, sie lebt also noch, der Kopf ist noch dran, alles gut. Haare sind nicht verbrannt. Vielleicht so als ganz kurzer Einstieg, was war denn das für eine Musik beim Abspann? Welche jetzt? Die zuerst so gesungen wird. Der Song, genau. Also die Überleitung im Abspann quasi. Das ist ein Lied von der schwedischen Gruppe The Ark, was so eine Art von Neo-Glam-Pop-Band ist. Nicht so richtig bekannt. Außer von Schweden, in Schweden unglaublich populär, spezifisch mit diesem Song aus dem Jahr 2001. Das war da, also ich war mit dem Film in Schweden, ganz lustig. Die Leute können diesen Song nicht mehr hören. Also für sie war es sehr lustig, den Song in diesem Kontext zu hören. Es hat so eine Hymne über so, ein bisschen kitschig über so Selbstbefreiung und nicht darüber nachdenken, was die anderen wollen. Lustigerweise ein Song, den ich selber wirklich sehr mag. Also der mir sozusagen auch tatsächlich sehr am Herzen liegt. Und der sich als irgendwie, glaube ich, gut für, oder meines Erachtens für gut für das Ende erwiesen hat. Also ich war super glücklich, dass es auch geklappt hat. Also wenn man sozusagen auch Lieblingsmusik benutzen kann, darf in einem Film, weil die Band ihr okay gibt, dann ist das natürlich besonders schön. Du hast dich vorhin bei dem Intro so ein bisschen gesperrt gegen den Genrebegriff. Aber auf der anderen Seite finde ich, das Schöne am Genre ist ja, es wird was verhältnismäßig Eindeutiges gezeigt. Man kann das aber auf verschiedene Art und Weisen für sich selber deuten und interpretieren. So ist es ja auch bei deinem Film. Da gibt es ja auch verschiedene Lesarten. Man kann sagen, das ist eine Liebesgeschichte. Man kann sagen, es geht um ein Coming Out. Man kann sagen, der eine repräsentiert das, was der andere nicht ist, gewissermaßen. Ich weiß, dass sich Regisseure gegen allzu eindeutige Interpretationen ihrer Werke wehren. Gibt es für dich eine Lesart in dieser Richtung deines Films? Naja, also ich finde so grundsätzlich kann man schon sagen, also das ist sich für mich, deswegen auch die Musik am Ende und so. Ich denke schon, dass insgesamt so ein Akt der Befreiung beschrieben wird, in sozusagen einer relativ schmerzhaften oder auf einem relativ obskuren Weg oder auf obskuren Umwegen, da würde ich schon unterschreiben. Und ich denke, du hast da auch, ja, man fühlt sich immer so ein bisschen blöd, wenn man das so erklärt hat. Dann denkt man so, naja, wenn ich es jetzt in drei Sätzen sagen kann, dann hätte ich den Film ja auch gar nicht machen müssen. Also es geht ja auch viel so ein bisschen um die Reise dahin und welche sozusagen Bilder man für sich findet. Oder eigentlich fängt es sogar immer mit den Bildern an. Das ist ja eher, aber egal, das ist jetzt ein bisschen... Warte, das habe ich auch hier stehen. Ja, nee, also das ist sozusagen ja eher, man hat so bestimmte Bilder im Kopf und versucht die in irgendeiner Form für sich zu ordnen. Wegen der Eindeutigkeit, was du meinst, die Kunst beim Genre, da stimme ich sogar zu. Deswegen bin ich halt so ein bisschen auch unsicher tatsächlich selber, weil das muss man auch erstmal können, was du meinst. Dann man hat was, was eigentlich erstmal eindeutig ist und dann Lesarten zulässt. Das Problem ist dann vielleicht hier oder mein Gefühl, das ist schon sozusagen, also das ist wie so Text und Subtext, aber das ist schon vom Text her sehr sozusagen sich auflöst an Stellen. Also das fängt an damit, dass, jetzt bin ich hier so, jetzt werde ich hier zum Kritiker, aber ich finde das ja gut, aber das fängt damit an, dass sozusagen man zumindest sich, glaube ich, in einem normalen Schaufilm schon ein bisschen mehr vielleicht bemühen würde, den Polizisten erstmal scheinbar rational handeln zu lassen. Ich finde schon, also wir haben es ja hier mit einem durchaus sehr schlechten Polizisten zu tun als Polizist, als jemand, der versucht, sozusagen, das Böse in seine Schranken zu weisen. Und ja, solche Dinge, daran merke ich dann sozusagen immer wieder, ah, augenscheinlich waren mir andere Dinge wichtiger oder es war sozusagen, also das meine ich nur mit dem, ja, egal, bla 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 bla. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Aber apropos Text, es wird ja in dem Film jetzt außer zwischen den beiden gar nicht mal so viel gesprochen, war das von, was ja auch dazu dient, dass der Film quasi rätselhaft in Anführungsstrichen bleibt. War das von Anfang an so oder ist das beim Verlauf der Arbeit entstanden, dass man gesagt hat? Es ist schon tatsächlich immer mehr rausgefallen, was so an Erklärungen, weil es waren komische Erklärungen. Also es gab mal eine Schnittfassung, eine frühe Schnittfassung, als der Schnitt einfach so roh zusammengefügt war, in denen es sehr viel eben, in denen wir uns sehr rummüht haben, sozusagen Jakob sozusagen lange in so einer Art von Realität als Polizist verhaftet zu halten. Also er hat dann auch so Anrufe zu irgendeiner Zentrale in irgendeiner Stadt gemacht und hat versucht, da Verstärkung zu rufen und weiß der Geier. Also sozusagen alles so Wege, irgendwie sozusagen so eine Art von sozusagen so Sprünge in der Verfolgungsjagd, sagen wir jetzt mal, irgendwie sozusagen zu überbrücken oder irgendwie auch zu erklären, was alles den Film in meinen Augen total sozusagen am Boden gehalten und richtig wie so Steinschuhe, die man dem Film angezogen hat, irgendwie immer sich da durchschleppen, immer sich sozusagen durch so ein Prozedere schleppen, das letztendlich ja dann doch kein so richtig, also nicht wirklich interessant ist für mich. Weil es geht für mich vor allem um die Überforderung dieses jungen Mannes und die kriegen wir auch so mit. Und außerdem habe ich den Film schon immer beschrieben als einen albtraumhaften Film oder einen Film, der sozusagen sich in so eine Art von Traum- oder Albtraumrealität bewegt, in der dann irgendwann sozusagen auch wirklich es ums Eingemachte, also um unseren Helden selber geht und eben nicht mehr, also auch sozusagen der Ort an sich auch an Wichtigkeit für ihn natürlich verliert, mehr und mehr. Oder vielmehr sogar sozusagen zum eigentlichen Gegner wird, wenn man so will. Und ich glaube, damit man da mitgeht, auch lustvoll mitgeht als Publikum, braucht man das, dass man relativ frühzeitig, wie wir dann im Schnitt gemerkt haben, relativ frühzeitig auch so ein bisschen von diesen Fesseln gelöst wird, dieser reinen polizeilichen Ratio oder was auch immer. Aber ja, und so ähnlich mit so Dialogen. Also Dialoge zwischen den beiden waren auch mal ausführlicher. Haben sich die Schauspieler schon am Anfang gewährt gegen und haben gemeint, das ist doch Blödsinn, das kann man doch alles... Ja, manchmal sind die Schauspieler schlauer als der Register. Gleichzeitig hat ein Film ja auch sowas Märchenhaftes, finde ich. Also mit diesem Hänsel und Gretelwald, mit diesem Mythos vom bösen Wolf stand sowas auch von Anfang an fest. Ja, das war halt, wie ich schon gesagt habe, es gibt immer so zentrale Bilder, die am Anfang stehen. Das war jetzt in dem Fall eben diese schlanke Gestalt irgendwie. Wir können nicht recht sehen, es ist ein Mann, es ist eine Frau in diesem Kleid und mit einem Schwert, der sozusagen so eine Dorfstraße, so eine ausgestorbene, der langläuft und quasi das Schwert so die Zäune lang rattern lässt. Das ist mir so gekommen, als ich mit dem Zug gefahren bin, ganz Banane, durch so von der Ostsee zurück nach Berlin und man fährt halt durch dieses Mecklenburg-Brandenburg, bewaldeten Gegend, wo man diese kleinen Orte hat und die Gleise sind so ein bisschen erhöht und man guckt immer so runter und es sieht alles wie so Miniaturstädte fast aus, die da so klein zusammengekauert sind und irgendwie sozusagen gab es da schon mal so ein Bedürfnis, irgendwas in diese Straßen zu setzen, was sozusagen gewaltsam Störungen verursachen kann. Und dann zum Beispiel in der Region gibt es unglaublich viele Artikel, Zeitungsartikel in den letzten Jahren über die Rückkehr der Wölfe, weil das so das Ding da sozusagen ist, dass über die polnische Grenze, nachdem sie jetzt 100 Jahre ausgestorben waren, die Wölfe so langsam zurückkehren, was eben mit so, die Leute beginnen recht reserviert zum Teil, also gerade die zum Teil auch die Landwirte aus verständlichen Gründen, sie haben Angst, dass ihr Vieh da quasi natürlich, wenn sie jetzt nicht neue Zäune bauen, da so ein bisschen sehr einladend für das neue Raubtier dasteht und so weiter, aber es scheint auch so was relativ Irrationales durch, was eben sehr altertümlich scheint, so eine allgemeine Angst vor irgendwas Wildem und nicht Kontrollierbarem, was da irgendwie Einzug hält, was für mich eben sich so schön als Leitmotiv mit diesem anderen Bild verbunden hat und so ist das dann. Es fügen sich sozusagen so Sachen zusammen. Irgendwann hat man dann plötzlich, plötzlich erscheint dann da der Protagonist, um den es ja eigentlich geht, also dieser eigentliche, dieser Mann, nachdem ja der diese Störung sucht oder der vielleicht auch diese Störung irgendwie so heimlich gerufen hat und so fügt sich das dann alles zusammen, aber es ist eben mehr so, es hat was eher so von so Traumdeutung, sage ich mal, eher als jetzt so ein geregeltes Schreiben nach Plot-Points, was dann vielleicht auch so ein bisschen problematisch sein kann, wenn es darum geht, das Ganze aber dann in eine, wie du sagst, erst mal auf der Textebene eindeutige Form zu bringen. Ich wollte noch ein bisschen auf den Bildern rumreiten gewissermaßen. Und zwar, du hast es ja eben selbst gesagt, man sieht ihn, den Samurai, zum ersten Mal so von hinten, wie er da vor dem angeleuchteten Fenster sitzt. Da habe ich eigentlich gedacht, das wäre jetzt so eine bewusste Anspielung vielleicht an Schweigen der Lämmer. Ja, das haben auch schon andere gesagt. Chart, ja? Nein, Entschuldigung. Oh Gott, du bist der Erste, der das nehmt. Ich habe, also ich mag den Film sehr, aber ich habe tatsächlich nicht wirklich daran gedacht. Vielleicht auch, weil Buffalo Bill sozusagen bei aller Liebe ja doch eine sehr, sehr unangenehme Figur ist, sagen wir mal. Und ich sozusagen unseren Samurai eigentlich nie so gesehen habe. Deswegen habe ich mich vielleicht dann auch verwehrt, dagegen sozusagen so optische Ähnlichkeiten da sozusagen zuzulassen oder reinzulassen. Es sollte ja auch nur die Einleitung sein. Also es gibt ja, finde ich, noch so ein paar Referenzfilme, zum Beispiel Norm Bates, Psycho oder sowas mit den Frauenkleidern. Gibt es, wenn man viele Filme gesehen hat, irgendwie auch so ein Repertoire an Bildern, die sich einem irgendwie aufdrängen. Genau, in den Filmdrängen. Ja, ja, ganz bestimmt gibt es das. Also ich nenne es lieber Reservoir als Repertoire. Also das sozusagen aus all der, wie mit den Märchen auch und so weiter, das ist aus den, also es ist gar nicht so bewusst postmodern. Also man versucht ja gar nicht so jetzt besonders metamäßig da irgendwie so zu kommentieren oder so. Eher so, dass man, dass sozusagen sich eine Motivwelt, die relativ eklektisch ist, aus so Comicbüchern, Filmen, die man gesehen hat, Geschichten, die man gelesen hat, sich eben bildet und ja, und dann drängen die sich immer auf. Also für mich, lustigerweise, ich denke aber, ich habe nie an Norman Bates oder solche Leute gedacht. Also wenn, dann wäre es eher so jemand wie Frankenfurter oder sowas. Weißt du, also das, also irgendwie so diese Art von, äh, von, von, von Crossdressern oder Transvestiten nicht ganz so. Weil ich finde, er hat ja was, er ist ja so bei sich damit. Also es gibt ja, ich finde eigentlich nicht, dass irgendeine Art von Störung sich da Ausdruck verleiht beim Samurai. Das sieht vielleicht am Anfang so aus, aber ich empfinde ihn eigentlich als eine relativ, äh, in seiner, sozusagen in, in dem Rahmen, in dem er sich bewegt, als eine relativ, äh, freie und gesunde Gestalt, äh, deswegen. Und bei Psycho oder auch bei Buffalo Bill geht es natürlich sehr um sowas, äh, wahnsinnig. Also der, der Gefangenen und Verklemmte ist ja unser Held. Und da würde ich sozusagen mich so ein bisschen dann, da würde ich einen Unterschied sehen oder einen Unterschied machen. Obwohl ich, wie gesagt, auch natürlich Psycho-Liebe oder, ähm, auch Dress to Kill wäre auch so ein Film. Ja, da wollte ich gerade fragen, gibt es denn so Vorbilder, ähm, an denen du dich orientierst, äh, die auch vielleicht den weiteren Filmen Platz finden werden? Na, es, ich hab, ich hab das ja gerade schon mal gesagt, ähm, es gab so Ende der 90er so eine, so eine kleine Miniwelle von so Japan-Extremkino, nur, dass so, äh, von Rapid-Eye-Movies ins Kino gebracht wurde. Und wie toll, dass man solche Filme mal im Kino sehen konnte. Also auch, das ist so, das verliert sich ja leider so ein bisschen, ähm, wo dann Dead or Alive oder Audition und, ähm, also der Film ist super anders und ich glaube auch alle Filme, die ich sonst mache, werden super anders sein. Aber was ich mag, ist grundsätzlich dieser, dieser Herangehensweise eines Zulassens von wirklich auch absolut eigentlich, äh, sich total reibenden, äh, sozusagen Elementen, äh, also auch einer Art von befreiendem, äh, ich nenne es jetzt mal Trash oder befreiendem, äh, einer befreienden Lächerlichkeit oder sowas. Die aber, äh, die aber eigentlich sozusagen nur dazu da ist, um dich als Zuschauer auch irgendwie sozusagen, äh, mitzunehmen und weiter rauszuholen aus deiner Alltagserfahrung, in der du ja da irgendwie reinkommst und dich da hinsetzt, ähm, das fand ich irgendwie cool. Also wo auch der gute Geschmack, was immer das ist, eben auch so ein bisschen, äh, deswegen beeindrucken mich diese Filme fast noch mehr, als jetzt zum Beispiel ein Film wie das Schweigen der Lämmer oder, oder Psycho, weil das für mich trotzdem, das sind, das sind in gewisser Weise sehr gute, auch handwerklich so, 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 so super gut gemachte und gediegene Filme, super tolle Filme, aber, aber ich finde eigentlich fast irgendwie immer so dieses, wenn es so auf der Kippe steht und, und sozusagen droht umzukippen in was völlig anderes oder es sogar vielleicht tut und ich kann mitgehen oder sowas, sowas finde ich eigentlich noch viel reizvoller. Und ist dann sowas, wonach man sicherlich sucht. Also, das wird man wahrscheinlich auch nie in der, äh, in der, wie soll ich sagen, in dem Extrem hinbekommen vielleicht, oder, weil ich bin dann auch zu, ich bin ja nur, wer ich bin, aber, ähm, aber trotzdem, das ist sicherlich ein riesen Einfluss gewesen für mich. Also, es gibt ja noch, ähm, wir haben schon beim Essen drüber geredet, insofern weiß ich die Antwort schon, äh, na gut, ich versuche mich kurz zu fassen. Bitte nicht, äh, es, äh, es, äh, gibt ja noch einen anderen, äh, berühmten Film, der Liss Samurai, äh, hat, aber das war purer Zufall, also ist jetzt keine, ähm, ähm, Referenz, äh, beide haben wir ja schon so ein bisschen mit Einsamkeit, wenn man so will, zu tun. Ähm, ähm, aber war jetzt quasi kein, es gibt, also, es gibt, also, es gibt erstmal einen völlig behämmerten, äh, sozusagen Grund, warum der Film so heißt. Also, es ist, ähm, wenn man ein Drehbuch schreibt, das Problem hatte ich schon mal bei einem Kurzfilm von mir, der heißt Cowboy, ist auch benannt nach sozusagen der titulären Figur, äh, dass, äh, dass man beim Schreiben, man hat halt so eine Gestalt, die irgendwie nicht ganz von dieser Welt ist und die irgendwie entsprechend auch nicht einfach einen Namen kriegen kann, wie Fritz, Klaus, Hans. Man muss aber trotzdem ja eine Referenz für die Figur haben im Drehbuch, man muss sie ja in irgendeiner Form bezeichnen. Also, man kann ja nicht immer wieder schreiben, der seltsame Fremde oder was auch immer. Also, also sucht man sich so einen Namen, der für einen selber gut klingt, mit dem man auch als Regisseur, weil der wird ja nie gesagt, er wird ja nicht, oh, es ist der Samurai, äh, äh, und, und man schreibt das dann so und das fühlt sich irgendwie gut an und dann, wenn man am Ende sich überlegt, wie nennen wir den Film jetzt eigentlich, dann ist das auch irgendwie wieder klar, weil diese Gestalt so, so, so sehr das Schwerkraftzentrum von dem Film ist, dass es irgendwie jetzt auch blöd wäre, den Film irgendwie anders zu nennen, so, bei Nacht sind alle Wölfe grau oder was weiß ich, also man könnte sich ja da irgendwelche Bescheuerten, äh, so, ich finde, ich finde auch dieses Monolithische an so einem Der Samurai, äh, finde ich auch gut, ähm, und das war dann der einzige Grund, ähm, und dann ist mir das aufgegangen mit Le Samurai und ich hab das so ein bisschen als Rechtfertigung fast benutzt für den Titel, also ich sagte, ja, guck mal, die Franzosen haben hier einen Le Samurai und die Deutschen haben jetzt ihren Der Samurai und so hat jeder, und, und ich möchte auch sozusagen, dass der Film auch im Ausland Der Samurai heißt, also ich finde das sozusagen wichtig, dass man diese Art von Unterscheidbarkeit hat, diesen doppelten Exotismus, äh, das wäre schon, äh, fand ich schon cool. Was ja auch viel, ähm, zur Eigenart deines Films, äh, beiträgt, das ist, ähm, so der, ähm, ähm, das sind die Bilder, also dieses, dieses hell-dunkel, dieses Blitzlicht, äh, kannst du was, äh, dazu sagen, ähm, wie ihr diesen visuellen Stil erarbeitet und erzeugt habt? Naja, einmal dadurch nicht so viel Licht zur Verfügung zu haben, ähm, nee, äh, puh, ja, also wir haben uns schon orientiert an diesen Orten selber, also, äh, so, also es war, ging, glaube ich, vor allem über die Orte, wo jemand versucht hat, also einen guten, also einerseits die Orte und die Figur der Samurai, das waren so die entscheidenden Dinge, also wie schafft man es einerseits den Samurai immer irgendwie gut aussehen zu lassen, wobei gut natürlich irgendwie ein sehr schwammiger Begriff ist, aber halt, wie schafft man es irgendwie ihm immer sozusagen diese Art von Überhand zu geben oder behalten zu lassen, also muss man ein Lichtkonzept finden, das viel so mit so Backlight ist und wo man versucht, ihm irgendwie so eine Kante zu geben und so und das und dann eben für den Ort, äh, irgendwas zu finden, was schon ein bisschen dem, dem Charakter dieser Orte entspricht, die haben auch alle dieses schummrige, warme Licht da in diesem, in diesem Bereich von Brandenburg und das aber noch ein bisschen verstärken in Richtung von so einer fast schon so Kulissenhaftigkeit, Eisenmannplattenmäßigkeit, was, was mir irgendwie wichtig war, dass man irgendwie sozusagen auch diese, diese Art von, irgendwann fahren, irgendwann gehen wir in die Eisenmannplatte sogar rein, wenn Jakob da drauf rennt und es ist so ein bisschen fast, als ob, okay, der Rest des Films findet dann nur noch, auch nur noch auf dieser Platte statt, äh, also so, dass man, dass man, dass das so synonym wird irgendwie, die Platte, die Jakob baut und dieses Ort, dieser Ort, dieser Ort überliegt, lebt, der irgendwie so ein bisschen begrenzt ist und in dem sozusagen, und dann macht man es halt auch schwarz natürlich da, wo man, wo dann eben auch nichts ist, so. Vielleicht sind das Erklärungen, ich weiß es nicht. Kanntest du den Ort, weil das sieht ja schon teilweise an sich gespenstisch aus. Es sind ganz viele Orte, also es ist alles eine, eine Region, mein Großvater hat da gelebt, als er noch gelebt hat, ähm, ist nicht so weit von Berlin weg eigentlich, ist so im Nord, Nord, Nordosten, äh, ja, also ist halt für mich so, so ein, so ein, so ein, ja, gespenstisch. Also diese leeren Straßen? Ja, ja, ist halt so ein, ist halt so ein Kindheits, sind halt so Kindheitsorte, äh, und, äh, das Ziel war sozusagen zusammenzustückeln, so eine Art Best-of aus diesen ganzen Orten, das sozusagen diese Charakteristik behält, die ich mal, also zum Beispiel auch dieses, mein Kameramann, der ist Österreicher, der hat sich eigentlich immer gewünscht, dass wir so einen Dorfplatz mit einer Kirche auf einem Hügel haben, wo man dann so den ganzen Ort drumherum sieht, so, und so schön mal alles ins Bild kriegt, so, aber genau das haben diese Orte nicht. Oder zumindest nicht in meiner, genau, nicht in meiner Wahrnehmung, sondern die sind, die sind auch zum Teil sehr zersiedelt, äh, du hast sehr viele Wallflächen rum, also es gibt nicht, es gibt nicht dieses Zentrum, das so einfach, das ist dann, wenn es hochkommt, halt eine freiwillige Feuerwehr mit einer Fußballwiese davor, so, also so, so dieses merkwürdig Gottlose, das ist halt, das ist halt auch da, und irgendwie, und das führt vielleicht zu, da gibt es eine Trostlosigkeit oder so, die man so wahrnimmt, die für mich aber eben stark Teil von diesem, von, 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 von dieser Atmosphäre, von diesen Orten ist, und deswegen, ähm, ja, haben wir das so gemacht, wie so eine Art auch da wieder sozusagen zusammengestückelt, ein bisschen wie so eine Modelleisenbahnplatte, wo man ja auch so eine Art Best-of, so ein überhöhtes Best-of aus, aus dem, aus dem, aus dem tatsächlichen Ort oder sowas. Dieser, ähm, Piet Bukowski ist ja auch irgendwie in der Erscheinung gewissermaßen, ähm, wie bist du auf den gekommen, du hast schon mal einen Kurzfilm mit dem gemacht? Also, der Kurzfilm Cowboy, der in vielerlei Hinsicht so ein bisschen wie so eine Art von, kleinem Keim von dem Film hier ist, äh, da hat er eine ähnliche Rolle, allerdings nicht im Kleid, da, 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 da war es dann so sehr männlich, so, 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 so ein Farm, so ein Landbursche, mit so, vor allem Oberkörper und Jeans, ähm, und, äh, da war er 19, als wir den Film gedreht haben, und, ähm, und ich fand ihn super halt irgendwie, als genau, als diese, als diese Art von ikonischer Rockstar-Gestalt quasi, die auch so, er hat auch, finde ich so, privat, was soll man ja nicht sagen, aber er hat auch was, er kann auch was sehr kaltschnäuziges und abweisendes haben, was, was so, was ich ganz cool finde, so, also, er ist, er ist sozusagen, er entzieht sich mir dann auch, sozusagen, ein Stück weit, und das, das macht's eigentlich sogar fast leichter, oder, äh, ihn dann auch so zu inszenieren, ähm, und es war für mich dann irgendwie schon von Anfang auch klar, dass ich ihn, äh, in der Rolle haben möchte, und er fand das auch von Anfang an cool, ich glaub, beim Dreh selber war's dann für ihn nicht, wahrscheinlich weniger einfach, als wir beide gedacht hätten, also, zum einen, dieses, er ist halt schon gewohnt, sich so seinen Raum zu nehmen, und alles so, und, und wir brauchen aber eben, wie mit dem, mit dem Licht, was ich erklärt habe, damit, damit der Samurai als Figur funktioniert und nicht zusammenfällt, sozusagen, sobald irgendwie sich da eine zu alltägliche Note oder irgendwas so rein bewegt, irgendwas, so ein bisschen zu laxes, oder zu, war's halt schon auch ein bisschen so Marionettenführung, in gewisser Hinsicht, was ihm, glaub ich, so ein bisschen gegen den Strich auch manchmal gegangen ist, aber ich glaub, wir haben da zusammen einen guten, äh, sozusagen im permanenten Kampf einen guten, äh, einen, einen guten Mittelweg, also Mittelweg klingt jetzt wieder so boh, aber wir haben, wir haben's einfach, glaub ich, geschafft, äh, oder ich bin relativ zufrieden, ähm, ja, und auch das Kleid tragen und die Perücke immer zu, äh, das ist ja auch so, das kratzt ja dann auch am Kopf und so, äh, naja. Es hat auch so was, so, 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 so ein bisschen was Kinski-haftes, äh, finde ich, äh, also im positiven Sinne. Ich will es jetzt nicht wieder sagen, weil auch das haben schon viele Leute, äh, nee, ja, ja, auf jeden, ja, freue ich, ich freue mich irgendwie, weil Kinski bedeutet ja auch erstmal irgendwie sozusagen ein bisschen wahnsinnig und ein bisschen, äh, also eigenwillig und, äh, und sind ja erstmal sozusagen nicht unbedingt negative Attribute, also da freue ich mich natürlich, wenn so ein Vergleich kommt, ähm, äh, Pitt hat da mal ein bisschen in London, äh, beim Festival so ein bisschen angepisst, reagiert, gemeint, ja, ja, the famous rapist, also, äh, das ist sozusagen natürlich auch dieser Vergleich jetzt so ein bisschen, äh, befleckt ist vielleicht, aber, ähm, nee, ja, danke, sag ich jetzt einfach mal. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich auch ein Zitat vorlesen, das mache ich selber aber nicht, weil der Ursa eins vorgelesen hat, ähm, der sinngemäß hieß das abgeschlagene Köpfe, ähm, so sieht ein vielversprechender Abschlussfilm Ähm, von der DFFB, äh, aus. Du hast ja, ist ja dein Abschlussfilm, ähm, an der DFFB, ähm, vom Kameramann auch, ähm, an der DFFB, ähm, von der DFFB erwartet man nun eigentlich, äh, Stichwort vielleicht Berliner Schule, äh, andere, ähm, ich sag mal, äh, vordergründig verkopftere Filme, ähm, ähm, als, äh, deinen. Gab es Schwierigkeiten, äh, den Film an der DFFB, äh, zu realisieren oder vielleicht, wie wir hoffen wollen, ganz im Gegenteil? Tatsächlich eher im Gegenteil, also, ähm, oder, na, was heißt eher im Gegenteil? Ich meine, sie haben jetzt auch nicht geschrien, ja, ja, du musst das unbedingt machen, aber, ähm, ähm, äh, es gab auch kein, kein, keine Gegenwehr. Wie ich schon vorhin gesagt habe, ich glaube, dass, das Problematische daran, wenn man so eine Art Film, äh, machen möchte an der Deutschen Filmhochschule, ist eher, dass man jetzt wenig Lehre hat, die einem dezidiert helfen können mit den spezifischen Herausforderungen. Also, zum Beispiel ganz banane, wie man jetzt sozusagen bestimmte, äh, Effekte, bestimmte Schauwerte, bestimmte Art, eine bestimmte Art von Spektakel überhaupt sozusagen in so einem kleinen Rahmen, auf so einer kleinen Skala sozusagen irgendwie trotzdem herstellt oder so. Ähm, so, aber, aber sehr großes Wohlwollen tatsächlich. Also, es ist, wie gesagt, Cowboy ist ein ganz gutes Template für den Film, der kurzum, und der lief gut und, und kam auch gut an in der Schule. Also, ich glaube, es gab so eine Art von Idee, naja, der hat schon irgendeine Idee, was der will oder was der damit will, deswegen lassen wir ihn mal machen, äh, also wirklich sehr wohlwollend. Also, die Probleme gab es dann eher mit der tatsächlichen Finanzierung, also, äh, Geld von Stellen außerhalb der DFFB, äh, zu bekommen. Der Film war ursprünglich, äh, mal als, äh, Fernsehfilm gedacht. Also, es gab von Seiten des kleinen Fernsehspiels vom ZDF so eine Reihe, Stunde des Verbrechens hieß die, oder heißt die immer noch, ähm, wo halt, äh, Film, wo filmische Absolventen, also sollten Abschlussfilme machen, die quasi Genrefilme, in sich geschlossene Thriller oder Krimis sind, ruhig auch ein bisschen schräger, ruhig auch ein bisschen düsterer, das war so, so quasi die Vorgabe, wurde, wurde ich jetzt spezifisch angesprochen von Katharina Dufner, ob ich nicht da was für mir überlegen möchte, und dann kam eben diese Geschichte zu mir. Aber ihr habt ja dann Crowdfunding, habe ich, äh, ja, ja, naja, das, 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 nee, also, ich meine, es sitzen hier Crowdfunder mit im Saal, deswegen, äh, ich möchte nichts Schlechtes über das Crowdfunding sagen, es war super, und wir haben, wir haben, äh, wir haben sozusagen, äh, Leute gefunden, die uns toll unterstützt haben, ich glaube, wir hätten das Crowdfunding besser machen können. Also, ich glaube, das Crowdfunding kam halt so ein bisschen zur elften Stunde, äh, weil wir dann das Medienwort Berlin-Brandenburg, die normalerweise kein Geld geben, wenn nicht ein Fernsehsender involviert ist, quasi überredet haben, uns einen Teil des Geldes zu geben, unter der Auflage aber von denen, dass wir als Eigenanteil dann den Rest, der eigentlich sozusagen der Fernsehanteil gewesen wäre, nach ihrem Dafürhalten irgendwie einbringen. Also, und wir haben uns schon auf so eine Art, äh, Shooting-Date geeinigt, was auch gut war, weil es war halt irgendwie Ende August, September, später hätte man den Film nicht dringen können, dann wäre es zu kalt geworden für Pit, und dann hätte man wieder ein ganzes Jahr gewartet, ehe man wieder hätte drehen können, also, das war so ein bisschen, und so hat man dann quasi während der Prä-Produktion, äh, so parallel ge-crowdfanden, hatte auch niemanden, der sich da sozusagen Spielzähl um kümmern hat, und das ist wirklich was, ich glaube, so was kann super funktionieren, aber man muss sich viel besser, glaube ich, um wirklich sozusagen das weiterverbreiten und auch das sich kümmern um diese, Community, diese Crowdfunding-Community, die einen dann unterstützt, was man dann einfach sozusagen im Eifer dieses Gefechts nicht so gut kann. Aber wir haben, ich meine, wir haben nicht unser Ziel erreicht beim Crowdfunding, aber wir haben eine trotzdem in meinen Augen sehr, äh, tolle Summe, das waren dann, glaube ich, 15.000, äh, Dollar insgesamt, immerhin, also, ich meine, super, und von Leuten, äh, die uns ja nichts hätten geben müssen, also, toll, ähm, und dann mussten wir uns aber auch noch ein bisschen Geld borgen vom, vom Vater eines der Produzenten, komplett, komplett, komplett zu stopfen, ja. Wurden die für die Special Effects verwendet, denn die sahen doch eigentlich sehr gut aus, fand ich, äh, wer hat das gemacht, wie ist das gelaufen, so die abgeschlagenen Köpfe? Ja, na, die, die Köpfe sind zum Teil, da darf man nicht zu, zu nah hingucken, die sind natürlich, weil man kann sich halt nur sehr wenig leisten, also, so, ne, wirklich, also, dann hat man, man hat halt so, dieser Torso am Ende zum Beispiel, der war so mit das teuerste Objekt, das so an Prosthetics quasi erstellt wurde, äh, so, wo dann da auch der ganze Kram rauskommt, ähm, der wurde vom Schauspieler halt abgenommen, ja, wir hatten, glaube ich, ein Budget von so 5000 noch was Euro für das, für, 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 für die ganzen Effekte in dem Film, was nicht so wahnsinnig viel ist, wenn man dann, also, wenn man Sachen mehrmals machen möchte, zum Beispiel, es gibt diese Stelle, das ist auch ja irgendwie Effekt, eine Mischung aus Ausstellung, Effekt, wo, wo der Samurai einfach, sei, diesen Vorgarten kaputt schlägt, wenn man mal genau hinguckt, sieht man, dass dieses Vogelbart schon längst völlig im Arsch ist, also, wenn er dann nochmal mit dem, wir haben das sozusagen notdürftig nochmal hingestellt, aber wir hatten halt nur eins, und er haut dann dann nochmal gegen, damit es, also, so, wir hatten wirklich, wirklich nur, also, es ist so lustig, wir haben da so das Zeug aufgestellt, schön, Toboko, und dann, so, Pit, na, dann mach mal, so, und nach dem Take war wirklich alles im Arsch, und Toboko meinte aber, ich hab nichts mehr, das war, also, sozusagen, das Budget hat natürlich auch nicht für mehr gereicht, und dann hat man halt versucht, für die weiteren Takes irgendwie alles wieder so halbwegs, also, es war schon sehr, 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 sehr notdürftig, der, der, der junge Mann, der die Special Effects gemacht hat, Felix, ist eigentlich kein Special Effectsmann, sondern selber Filmemacher, selber Regisseur, ähm, der aber eine große Lust an den Special Effects hat, und da wir uns eben keinen bezahlten Special Effectsmann leisten konnten, hat der sich dann bereit erklärt, das alles auszutüfteln, und das ist wirklich toll, also, ich meine, er hat dieses Innenleben komplett aus dem Baumarkt gebaut, von diesem Torso zum Beispiel, das es möglich macht, dass diese drei Komponenten, Blut, Funken und Rauch, da irgendwie, sozusagen, gut getimt und genau richtig rauskommen können, gab's dann auch, ich meine, das wäre einem Profi dann vielleicht nicht passiert, ähm, der Take, den wir jetzt auch verwendet haben, da gibt's dann auch noch so einen Feuerball, der war eigentlich nicht geplant, ich glaub, der Kamera-Operator war in dem Moment etwas irritiert, ähm, dass das ein Stand war, der Rauch sehr heiß war, der da rauskam, und von den Funken in, in, in Brand gesetzt wurde, äh, was wirklich kein geplanter Effekt war, ist auch nur bei diesem einen Take passiert, wir haben natürlich den dann auch verwendet, aber, äh, ja, also, grundsätzlich macht's halt sehr viel Spaß mit so, also, auch, gerade auf einem niedrigen Budget versuchen rauszufinden, auch mit Kaya, also diese Sache mit dem Kopf im Feuer, wie man das sozusagen hinbekommt, ohne auf so digitale Elemente zurückgreifen zu müssen, also natürlich gibt es da ein Compositing, ein sogenanntes Compositing, also ein Zusammenfügen von verschiedenen, tatsächlich gedrehten, äh, Plates nennt man's, also Ebenen, die dann sozusagen so quasi ausgeschnitten und, äh, ineinander, äh, gelegt werden, aber ansonsten ist alles real, was wir da sind, die Haare, die Feuer fangen, die Flammen, ihr Gesicht, das ist alles sozusagen nur nacheinander gedreht worden, quasi, auf der gleichen, auf der gleichen Platte, mal mit Feuer, mal ohne und so, und dann zusammengefügt, also solche Sachen, das macht halt auch einfach Spaß, also ich find das cool. Es sieht dann manchmal vielleicht nicht so, es sieht nicht überzeugend aus, glaub ich, in dem Sinne, dass man jetzt denken würde, es sieht jetzt genauso in Wirklichkeit auch aus, aber, ähm, das war auch nie so richtig die Absicht, es ging schon immer darum, auch so ein bisschen das merkwürdig Groteske an, an dieser ganzen, an diesen ganzen Gewaltausbrüchen am Ende auch sozusagen eher dazu, auch um dem Zuschauer es weiter möglich zu machen, auf der Seite sozusagen dieses verrückten Kreuzzugs zu bleiben, also wir wollen ja auch den Zuschauern nicht, fast ein bisschen unmoralisch eigentlich, also dem Zuschauer eben nicht die Möglichkeit geben, so jetzt völlig abgestoßen davon zu sein, sondern eher so eine Art von merkwürdiger, befreiender, das ist ja auch wie so, ich hab mal gesagt, wie wenn man so eine Champagnerflasche schüttelt und dann den Korken abmacht, dass es dann so eher so schön, so kleine, äh, fröhliche Explosionen gibt, ähm, genau, ja. Du hast, ähm, gerade von deiner Arbeit mit dem Schauspieler, äh, gesprochen, du hast aber auch das Drehbuch geschrieben, was ist für dich das Wichtigere, das Entscheidendere, ähm, entsteht für, äh, also ich nehme mal an, dass es ein ausgefeiltes Drehbuch gab, ähm, oder entsteht, äh, ein Film, äh, wenn du dran arbeitest, auch durch die Beteiligung, äh, der Schauspieler? Ich denke schon, ich bin schon eher einer, also ich komme ursprünglich in meiner, als ich, als ich so Teenager war, habe ich Comics gezeichnet und das ist, glaube ich, auch, äh, eher so mein, äh, ja, so mein Background, also so, so sozusagen eine Art Sequenz, eine visuelle Sequenz von Bildern, also eine Bildsequenz zu schaffen, die dann irgendeine Art von Inhalt, Geschichte, was auch immer, transportiert. Das ist für mich auch beim Filmemachen immer noch so die Kern, äh, Disziplin, das ist so für mich, da liegt, schlägt das Herz vom Film, so, äh, und, und das ist dann schon so, dass auch zum Beispiel ich eher die Bilder, also diese Bildsequenz sozusagen mit den, auch mit dem Wissen um die Drehorte, also die Drehorte zu finden, ist sehr wichtig und dann diese Bildsequenz sich sozusagen mit der Geschichte im Kopf sozusagen zu erarbeiten und dann ist es schon so, dass zum Beispiel am Set, äh, auch diese Bilder oft erstmal eingerichtet werden, bevor die Schauspieler sozusagen da herangelassen werden, das kann bestimmt für manche Schauspieler auch ein bisschen frustrierend sein oder so, ähm, ich hoffe, dass es dann trotzdem genug Möglichkeiten gibt für die Schauspieler auch sozusagen, äh, sozusagen in ihrem Rahmen da zu wirken und ich habe, glaube ich, auch jetzt, also, ich habe da jetzt nichts, keiner, keiner hat es gehasst, glaube ich, ich hoffe, dass, 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 dass alle gern auch nochmal mehr arbeiten würden, aber das kann natürlich dann schon zu so einem, äh, also es ist jetzt nicht, ich, es ist super wichtig natürlich, weil, weil, und, und Casting finde ich zum Beispiel, also Casting ist, wo ich oft sehr, äh, sozusagen enthusiastisch werde, weil, weil da hat man dann plötzlich eben ein Gesicht und einen Menschen und man kann es sich wirklich vorstellen mit dem und das ist toll und das aber dann eigentlich in Szene setzen am Set, ist schon eher Arbeit für mich oder so, also es hat dann schon eher, ja, ist halt so, jeder hat so, so sein anderer Herangehenswert. Ja, ähm, im Abspann, äh, liest man den Namen Schattenkante, also du bist ja quasi, äh, Teil einer Gruppe oder sowas? Kollektiv. Als Kollektiv, genau, da hast du vielleicht nicht das Alter, das ist eher so mein Alter mit dem, mit dem Kollektiv, ähm, was darf man, äh, sich da drunter vorstellen, äh, was macht ihr, äh, was habt ihr gemacht? Ja, also wir haben uns im zweiten Jahr an der Filmschule, wir haben alle im selben Jahr angefangen zu studieren, was viel zu lange her ist schon, 2004, ähm, wenn man jetzt guckt, das ist mein Abschlussfilm, ähm, und die, äh, tschüss, dankeschön, äh, 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 das ist nett, ich verabschiede, ähm, und die, äh, die, genau, Anna ist, äh, Produzentin vom Gewerk her, also was sie studiert hat in der DFFB, Linus ist Regisseur, ursprünglich waren nochmal zwei weitere da, wir haben uns einfach im zweiten Jahr so ein bisschen zusammengefunden als Gruppe, die gemeinsam Filme machen möchte, weil das Ding in der Filmschule ist, man hat halt unglaublich viele Leute, von denen man sich Feedback holen kann, zu Sachen, die man macht, ähm, man muss halt irgendwie so ein bisschen gucken, dass man sich die Leute sucht, bei denen man das Gefühl hat, das bringt mir auch was, das heißt nicht jemanden zu suchen, der immer Ja und Amen sagt, was man machen will, aber wo man dann das Gefühl hat, das Urteil hat irgendwas mit dem zu tun, was ich auch tatsächlich machen möchte und bringt mich da hin weiter, also hat man sich, äh, sozusagen Kommilitonen, äh, gesucht, mit denen das einfach gut zusammengeht und das hat sich einfach gut bewährt, dass wir zu dritt Also zum Beispiel, dass wir, also ich habe Regieassistenz bei Linus Filmen gemacht, Linus hat Regieassistenz bei meinen Filmen gemacht, äh, wir, in der Stoffentwicklung arbeiten wir sehr eng zusammen, dass man einfach so Verbündete hat, dabei dann genau das zu machen, was man machen möchte hoffentlich, ja, und das hat jetzt bisher ganz gut, das ist der erste Film, der mit Schattenkante wirklich als Firma, als gegründeter GWR, äh, gemacht wurde, was sozusagen so ein bisschen eine, jetzt nicht so, nicht nur angenehme Erfahrung war, weil plötzlich natürlich auch ein großes Risiko, ein großes finanzielles Risiko damit verbunden ist und so weiter und das nie der Grund war, warum wir zusammen sozusagen Filme machen, also so dieses geschäftsmännische oder buchhalterische damit umgehen, sondern eher dieses sozusagen die Vision war, wenn das dazu gehört, das natürlich auch, aber sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob die Perspektive jetzt tatsächlich ist, eine Produktionsfirma zu sein oder zu werden oder nicht lieber weiter als so eine Art von Kreativpool oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, da irgendwie sozusagen weiter gemeinsam Stoffe zu entwickeln. Die haben auch den Doktor Kittel gemacht, ne? Ganz genau, ja. Urs hat es ja vorhin schon angedeutet, der Film hat ja so eine, einen Festivallauf gehabt, angefangen von Berlin über, ähm, bei Baker, Sitges und sowas, äh, kannst du davon was erzählen? Ja, was soll ich erzählen? Wie es war, wie er ankam? Nein, sehr, sehr, sehr schön. Also was, was halt sich relativ schnell herauskristalliert hat, war, dass der Film halt tatsächlich besonders gut von fantastischen Filmfestivals oder was man auch Genre-Filmfestivals oder was auch immer nennt, äh, angenommen wird. Also wirklich zum Teil sehr begeistert von den Programmierern, da sozusagen auch in den Wettbewerb, in die Wettbewerbe gesetzt wurde, was, was natürlich erstmal super toll ist. Ähm, und für mich war es halt jetzt bei den Reisen, gerade zu diesen Festivals, auch einfach wahnsinnig schön, äh, sozusagen da zu sein und so eine Art von Community kennenzulernen, die wirklich sehr, 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 also weil Genre, das klingt ja erstmal, als ob sie sehr beschränkt sind auf den Blick auf etwas ganz Bestimmtes. So wie es für mich eher sich dargestellt hat, war, dass Filme, die mit bestimmten Themen oder mit bestimmten Motiven arbeiten, einfach nicht von vornherein abgelehnt werden in diesen, in, 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 sozusagen diesen Kreisen, sondern mit der gleichen Aufmerksamkeit und dem gleichen Willen sozusagen auch zum Verstehen und zur Deutung, was auch immer, geschaut werden wie andere. Also eigentlich eher das Gegenteil, sozusagen absolute, also nicht so stumpfe Horror-Nerds vielleicht, wie sich so manch einer das gern vorstellen mag, sondern eben immer eher das genaue Gegenteil und die Filme sind auch super vielseitig, die dann da laufen. Also es geht gar nicht so sehr darum, äh, sozusagen, äh, jetzt genau das vorgesetzt zu bekommen, was man glaubt zu wollen von einem bestimmten, von einem bestimmten Genrefilm, sondern es ist genau immer die Suche nach irgendwas, was sozusagen transzendiert, nach irgendwas, was einen irgendwie sozusagen was Neues bringt, was man noch nicht gesehen hat. Und ich hab da einfach super tolle Leute kennengelernt. Ich mein, natürlich auch da, der Film kommt bei vielen sehr gut an, viele haben Probleme, manche hassen ihn auch, aus unterschiedlichsten Gründen. Und, aber das ist dann okay, weil man hat das Gefühl, man ist trotzdem in einem Rahmen, in dem man sich so sehr zu Hause fühlt, filmisch, wo man eben auch da wieder mit den Urteilen mehr anfangen kann vielleicht, als in einem anderen Rahmen. Sowas fehlt mir vielleicht auch so ein bisschen, also bis dato, weil dazu gab's ja auch die Schattenkante sozusagen, um sozusagen für sich diesen Raum zu schaffen, in dem man das kann. Und das gibt's sozusagen im größeren internationalen Kreis, da man lernt ja auch, wie andere Filmemacher und so weiter kennen, gibt's das schon auch, so. Und das ist toll, weil Filmemachen hat auch immer viel damit zu tun, gerade als junger Filmemacher, glaube ich, so eine Art filmische Heimat für sich zu finden. Also, ich vergleiche es immer gern mit so Musik. Ich bin jetzt wie so eine Band quasi, ich mach so Musik, die mir gefällt. Und jetzt muss ich Leute finden, die aber zu der Musik tanzen können. Und ich kann sozusagen nur bedingt andere Musik machen. Also eigentlich muss es jetzt darum gehen, irgendwie rauszufinden, wo ist die Nische oder wo ist sozusagen der Raum, in dem meine Musik gern gehört wird. Und das ist schon eine tolle Erfahrung gewesen. Dann vielleicht noch zwei kurze Fragen. Also, es gibt ja schon was, also schon vermehrt deutsche Genrefilme, in Anführungsstilchen, selbst die spröden Regisseure der Berliner Schule machen Genrefilme, Gold in Western. Die Österreicher machen sowas auch mit dem Finstern-Tal, Blutgletscher. Und auch ein ganz toller Film, den ich jetzt sozusagen hier schon mal empfehlen möchte, Ich seh, ich seh, von Veronika Franz und Silverin, ich hab seinen Nachnamen vergessen, Fiala, Silverin Fiala. Ganz, ganz toller Film, den ich in Stitches zum Beispiel gesehen hab. Also, ein österreichischer Horror-Psycho-Thriller, ganz tolles Ding. Also, ja. Aber beobachtest du das und gibt's da irgendwie einen Austausch oder sowas? Wahrscheinlich letzteres eher nicht, nehm ich jetzt mal an. Ja, wie gesagt, im Rahmen dieser Festivals ist dieser Austausch leicht. Also, zum Beispiel mit der Veronika und dem Silverin hab ich mich auch irgendwie auch gut verstanden. Oder man hat so das Gefühl, ja, man, also die Filme sind sehr anders, aber man ist trotzdem irgendwie so auf einer Seite, wenn es darum geht, eine bestimmte Art von Kino hochzuhalten oder zu machen. Und es gibt solche Übungen auch in Deutschland. Also, es gibt diese Gruppe neuer deutscher Genrefilme, die auch diese Genre Nahle quasi als so ein bisschen Gegenveranstaltung zur Berlinahle ausgerufen haben, wo sich halt verschiedenste Leute treffen mit dem Bedürfnis, irgendwie Genre zu machen in Deutschland. Ich hab manchmal ein bisschen Probleme mit, genau zu wissen, was gemeint ist mit Genre. Also, welche Art von Filmen genau man macht. Oder weil ich hab oft das Gefühl, dass viele Leute mit einer sehr spezifischen Idee, was Genre ist und was genau die Art Filme sind, die uns fehlen, ist. Und das wird mir dann vielleicht manchmal fast ein bisschen zu, fühlt sich dann schnell eng an. Ist aber eigentlich, glaube ich, gar nicht so, weil die Leute sind wirklich sehr vielseitig und sehr, sehr, sehr nett und auch ein guter Austausch von in der Stadt. War für mich sozusagen, war für mich jetzt neu. Also, ich kannte die vorher nicht. Der Film, also unser Film nicht auf der Berlinahle. Parallel war die Genre Nahle. Wie ich halt zu der Podiumsveranstaltung da gegangen und hab gemerkt, es gibt erstmal so eine Art von merkwürdigen, vielleicht so, so einem vorsichtigen oder misstrauischen Beobachten. Weil, okay, der Film läuft jetzt bei der Berlinahle. Dann kann das ja irgendwie eigentlich gar kein richtiger Genrefilm sein. So, weißt du, so ein komisches. Und das ist dann natürlich auch so beidseitig, diese komische Vorsichtigkeit. Aber inzwischen habe ich das, glaube ich, überwunden, diese Vorsichtigkeit. Das sind schon gute Leute. Also, da kommen, glaube ich, auch spannende Filme noch demnächst, hoffentlich. Was machst denn du demnächst vielleicht als letzte Frage von meiner Seite? Ich arbeite gerade an einem Stoff, der eine Fernsehserie sein soll. Auch so eine Art Horrorserie im weitesten Sinn. Weil die Erfahrungen mit dem Fernsehen ja so gut waren, haben wir gedacht, versuchen wir es doch gleich nochmal. Ähm, nee, aber, ja, ich mach's einfach. Das war so, dass das, was mir so jetzt am nächsten lag als Stoff, geht um so ein Haus und seine Bewohner. So ein ostdeutscher, so ein neosozialistischer Plattenbau, der jetzt halt so ein bisschen runtergekommen ist. Und in dem halt noch was anderes lebt, was aber sozusagen den Bewohnern verborgen ist. Und das aber sozusagen so ein bisschen all ihre Schritte quasi lenkt und kontrolliert. Und, ähm, genau, so eine Mystery-Horror-Geschichte. Gut. Ja, hoffen wir mal, dass es passiert. Wäre ja nicht schlecht. Hausen soll das Ganze heißen. Hausen. Hausen, ja, kann man sich schon mal merken. Irgendwann in zehn Jahren gibt's dann Hausen im Fernsehen. So, gibt's denn noch Fragen, Anregungen, Kommentare von Ihrer Seite? Dann komm ich sofort zu Ihnen mit dem Mikro. Keine Scheu, aber wir zeichnen's halt auf. Überlegt euch gut. Jetzt will keiner mehr, das ist immer so. Dahin. Ja, oder? Ist hier, genau. Brauch ich ein Mikro? Ähm, ich fand ihn also herzerfrischend in seiner Radikalität. Und, äh, ich kenne eigentlich wenig Vergleiche im deutschen Film, ähm, die so ebenbürtig sind. Von der Ästhetik her eine Frage. Ähm, Mario Bava. Ach so. Die Farbgestaltung am Anfang, war das ein Zufall? Jetzt muss ich, ja, jetzt, naja, ich hab immer eher so an so Märchenfilmen oder sowas gedacht, aber das passt ja mit Mario Bava wahrscheinlich zusammen. Ich muss gestehen, ich hab noch nie einen Mario-Bava-Film gesehen. Ich bin, ich, ich, Argento wäre für mich immer eher so, dass ich bin, ich bin halt sozusagen auch ein sehr, äh, ich bin zwar ein sehr begeisterter Filmgeschichtsschauer, sozusagen, das ist ja auch Filmgeschichte, aber kein sehr systematischer. Also Bava ist tatsächlich bisher einfach an mir vorbeigegangen, deswegen ist es wahrscheinlich dann eher ein unfreiwilliges Zitat. Heute Abend läuft im Studentenkino Pupille ein Bava-Film und ich hatte überlegt, das oder hier. Wann? Ach so, aber es ist schon vorbei, sonst hätte man ja jetzt einfach direkt weitergehen können. Ja, aber von der Ästhetik hat es mich so ein bisschen erinnert und das fand ich toll. Also, weil so Farbgestaltungen, das ist ja auch im deutschen Kino eher ein bisschen so blau-grau oder düster und graue Farbe. Aber halt nicht nur im deutschen, allgemein, also ich vermisse schon, also wenn wir jetzt so über Horrorästhetik und sowas sprechen, allgemein finde ich so, die ganzen 2000er und 90er, das ist alles immer entsättigter und immer so farbloser und blaustichiger geworden und irgendwie ist das voll schade, dass sozusagen dieses Saftige und dieses irgendwie so, ja, so, dass es einfach weg ist. Das macht ja auch das Kino aus. Das ist ja zum Beispiel der neue Film von Argento, den ich auf dem Festival gesehen habe, der Dracula. Der ist natürlich irgendwie eigentlich kein richtig guter Film, aber allein solche Farben wieder auf der Leinwand zu sehen, hat mich schon sehr, sehr glücklich gemacht. Also, ja, klar. Genau. Desaturierte Farben, den der Kritiker hat. Ja, ja, genau. Das ist ein Albtraum. Da kann ich auch gleich anknüpfen, ich wollte nämlich nochmal auf die Szene eingehen mit dem brennenden Kopf, aber nur, weil es erwähnt wurde, weil die fand ich total gelungen, weil die wirkte auch sehr märchenhaft, fand ich. Und deswegen fand ich, das ist die poetischste Szene des Films für mich gewesen. Also, es gab dann noch zwei andere, die Schlussszene mit dieser Explosion quasi und den Tanz. Aber das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht fragen, sondern nur anmerken. Ja, ja. Also, wenn ich mich beschäftigt sind, zwei Fragen zum Publikum oder, ja, zu Publikumsreaktionen. Also, zum einen mal gab es schon mal Reaktionen von einem japanischen Publikum. Das würde mich sehr interessieren, wie die darauf reagieren. Und dann die andere Frage, die Statisten, die wir dann, also die Drehortbewohner, wie es so schön genannt war, im Abspann, haben die eigentlich mitgekriegt während der Dreharbeiten, um was es da geht? Und wie haben die darauf reagiert? Die haben, also, die meisten haben den Film, glaube ich, gesehen. Also, wir haben alle eingeladen zur Teampremiere und ich glaube, wer wollte, ist auch gekommen. Ach, bei den Dreharbeiten. Ach, bei den Dreharbeiten. Ja, also, bis zu einem gewissen Punkt. Also, es war klar, es geht um einen, quasi, um einen Mann, einen seltsamen Fremden, der in Frauenkleidung mit einem Samurai-Schwert in den Ort kommt und alles kurz und klein schlägt. Das ist so, mehr oder mehr, mehr wollen die Leute dann auch nicht wissen. Also, natürlich, weißt du, man erzählt dann jetzt nicht irgendwie, weil warum, ohne Not. Und am Ende stehen die sich dann da gegenüber und er ist nackt und er hat eine Erektion. Und das ist ja alles so, also, das sind dann auch so too much information. Das wollen die Leute auch gar nicht, gar nicht hören, sozusagen. Also, die machen sich, aber die Anwohner fanden das lustig. Also, das ist auch so, ich fühle mich fast immer ein bisschen schlecht, weil oft ich in den Filmen, sozusagen, meine Filme spielen dann oft so auf dem Dorf und dann wird das Dorf oft als sowas so Beengendes dargestellt und sowas, sowas Einschränkendes. Die Leute, also, das gab es auch, es gab auch Leute, die uns quasi die Tür vor der Nase zugeschlagen haben. Aber die Leute, die mit uns zusammengearbeitet haben und die mitgemacht haben und die uns ihre Häuser auch als Drehorte zur Verfügung gestellt haben, die waren super nett und super, die fanden das total lustig. Also, wenn man denen erzählt hat, ja, und dann ist der in ihrem Vorgang und schlägt alles kurz und klein. Die fanden das toll. Also, aus irgendeinem Grund scheint es fast so eine Art Sehnsucht, auch bei denen, nach so einer Art von befreiendem, destruktiven Flash oder sowas gegeben zu haben. Also, das war schon okay. Und japanisches Publikum bisher leider noch nicht. Also, wir, es ist ein bisschen schwer einfach, weil wir keine Connections so richtig haben und auf diesem bisherigen Festival, doch, es gab einen, es gab einen japanischen Filmkritiker, der ihn in New York beim Toreka gesehen hat, der sehr viel mit dem Film anfangen konnte. Aber interessanterweise gar nicht über irgendeine Ästhetik oder sowas, sondern tatsächlich über dieses Dorfgefühl, über dieses Gefühl irgendwie sozusagen, sich selber so einzusperren in einem bestimmten Ort, weil der ist auch in so einem sehr kleinen Ort groß geworden und so. Also, das, also eher auf der Ebene. Ja, weiß nicht. Also, wir hoffen natürlich, wir würden uns freuen, wenn irgendwann auch mal der Film nach Japan kommt. Schauen wir mal. Gibt es noch weitere Fragen? Sie können auch sagen, wie er Ihnen gefallen hat. Oh, das ist furchtbar. Vor sowas ängstige ich mich sehr. Sagen, dass er Ihnen nicht gefallen hat. Naja, das ist schlimm. Ich war in Montreal gerade, wo die Reaktion eigentlich insgesamt super positiv war. Also, war wieder schön. War eigentlich eine schöne Erfahrung. Und dann war beim letzten Screening einer, der meinte, I have seen many films in my life. This must be the worst film I have ever seen. My question is, why did you make a film like this? Das ist sozusagen so ein bisschen meine Angstsituation quasi. Weil da kann man dann wirklich auch nichts mehr antworten. Also, weil man, also man kann ja auf verschiedene, auch kritische Fragen, glaube ich, eingehen. Also, man kann versuchen zu erläutern, warum es so geworden ist oder was man, warum man denkt, dass es vielleicht okay ist. Vielleicht findet man auch raus, ja, da hast du recht. Das ist irgendwie. Aber auf so eine Frage weiß ich dann irgendwie gar nichts mehr zu sagen. Ich weiß nicht, ob in Montreal jetzt Margarete von Trotter Filme sozusagen das sind, was die Leute vor allen Dingen sehen. Ja, nein, natürlich. Also, es war dann auch sozusagen, es war ganz, was dann wieder schön war, der Rest des Publikums hat dann quasi auch ihn sehr schnell sozusagen zur Raison gebracht, haben sich dann da sozusagen auch gewehrt dagegen, dass er so destruktiv da reingrätscht. Trotzdem hat es mich natürlich interessiert, also was genau es war. Ja, so, ne, da kommt man dann auch nicht ran mehr so richtig. Schade. Ah ja. Traut sich keiner mehr. Ja, das ist klar. Sag es ruhig. Sag es ruhig. Ich habe auch noch eine Frage. Also, die Reihe heißt ja auch, was tut sich im deutschen Film. Und jetzt haben wir ja wirklich auch, also wir versuchen ja immer so dieses komplette Spektrum des deutschen Films abzubilden. Und ich finde es ja ganz klasse, dass es da jetzt eben auch wieder diese Bemühungen wirklich gibt, also durch den neuen deutschen Bürofilm. Wie siehst du das denn? Also, verfolgst du den deutschen Film an sich oder bist du jetzt, sag ich mal, eher limitiert und sagst, ich gucke eher nur das, was mich interessiert in meinem Genreinteresse oder so. Was ist dein Eindruck? Was tut sich denn eigentlich? Ich bin, ich muss gestehen, dass ich zumindest lange Zeit so war. Also, dass ich irgendwie tatsächlich eher mich immer viel stärker zu Hause gefühlt habe in so anderen Nationen. Also, wenn ein deutscher Film dann für mich interessant klang. Ich habe zum Beispiel gern eigentlich auch die Bendiner Schule Filme, gegen die zum Beispiel so von so manchen Genrevertretern eher sehr stark gewettert wird. So, ich fand die eigentlich immer nicht, also nicht komplett uninteressant. So, also mich, also auch gerade die Genre, also Jella oder weiß nicht, oder Barbara als jetzt so quasi Thriller so ein bisschen. Ich fand die eigentlich auch mal cool. Ja, schon sehr ausgewählt. Also, meine Lieblingsdeutschen Registrierer wären so Roland Klick und Jörg Butt gereiht. Das wären so quasi so eher meine Säulenheiligen da. In letzter Zeit jetzt stark, weil ich bin jetzt in Paris gerade, um zu schreiben, leider, auf Umwegen. Und da gucke ich dann jetzt verstärkt auch plötzlich so Tatorte und Polizeirufe in der Mediathek. Einfach, um so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, was sozusagen auch im Fernsehen. Und da hat mir zum Beispiel Dominik Graf, Polizeiruf jetzt letzte oder vorige Woche, eigentlich ganz gut gefallen. Ja, er ist, kann man sich bestimmt drüber streiten. Vielleicht war es einfach nur, dass er in 16 Millimeter gedreht war und dass es irgendwie so eine Art von, auch so einer mutwilligen Groschenheftigkeit oder Trashigkeit gab, die ich irgendwie erfrischend fand. Ich weiß es nicht. Also, ja, egal. Mit Matthias Brandt, der lief letzte Woche. Dein Film ist digital gedreht. Ja, leider. Wieso wolltest du lieber auf 16 Millimeter, wegen dem Look auf 16 Millimeter drehen? Naja, was heißt Look? Look klingt immer so oberflächlich. Es ist schon ein bisschen mehr. Also es gibt eine Art, wir haben zum Beispiel auch in den Filmen, was ich eigentlich total bescheuert finde, aber es ist halt dann nötig, Korn reingerechnet später. Also so eine Art von Krisseln, so ein Rauschen, was gar nicht da wäre, weil die Alexa hat so einen guten Chip, dass selbst bei dieser absoluten Dunkelheit alles super, glasklar und glatt da ist. Und das sieht dann bei längeren, stilleren Einstellungen, statischeren Einstellungen, das ist tot. Also da bewegt sich gar nichts. Das ist wie ein Dia angucken. Das hat mich auch auf der Berlinale sehr stark, wo die Berlinale ist jetzt auch fast komplett auf digitale Projektionen umgestiegen. Und das stört mich, gerade bei so langsameren Filmen, wo auch mal eine Einstellung gehalten wird, dass in der Einstellung kein Leben mehr ist für mich, also für mein Gefühl. Und das bringt halt sozusagen Filmmaterial von Haus aus mit, dass die Körnung eben nicht in einem festen Pixelraster sitzt, sondern sich immer leicht anders verteilt. Und dadurch gibt es immer so eine Art von Seele. Das klingt jetzt so ein bisschen, ich will jetzt auch nicht klingen wie so ein Vinyl-Heini, der irgendwie so, aber ich finde es gibt schon so einen wirklich spürbaren, man kann den Finger drauf packen, was es ist so irgendwie. Und dann war es, wie du schon gesagt hast, so statisch. Was ich ein bisschen vermisst habe, was ich immer schön finde, was dem Film auch so ein bisschen was Kinohaftes gibt, Kamerafahrten. Ja, ja. Ist natürlich sehr aufwendig, Dolly und Sheen. Die Kamera bewegt sich aber viel in dem Film, also sozusagen zumindest für das, was wir in unserem Rahmen machen konnten. Also genau, weil natürlich in dem Moment, wo du die Kamera bewegen willst, wird es aufwendig. Also weil du, weil du die Situation, musst du sozusagen viel, du musst die ganze Situation lichtmäßig und so viel aufwendiger bauen, weil du sie für verschiedenste Positionen bauen musst und so weiter und dann darf kein Schatten reinkommen, du weißt, der Geil. Es bewegt sich eigentlich für mein Gefühl, also von den Filmen, die ich bisher gemacht habe und was sozusagen auch mit so einem Hochschulrahmen und mit so einem Budget möglich ist, schon, also sagen wir mal, aber ich gebe dir recht, also auch das, auch ich wünsche mir das. Also auch ich wünsche mir, ja, 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 ja. Ja, ja, ich, 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 also ich gebe dir recht sozusagen mit deinem Wunsch danach. Ich, 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 wir haben getan, was wir konnten. Also der, der, also da sozusagen, der Film ja auch davon handelt, was sich jemand bewegt, dass jemand permanent einem anderen hinterher rennt, war ja auch sozusagen die Notwendigkeit so ein bisschen, aber es stimmt schon. Also manchmal muss man auch den Gegebenheiten sich dann anpassen. Es gibt ja einen Grund, warum zum Beispiel die, die amerikanischen, äh, sozusagen, äh, die, die, die tollen Blockbuster oder was auch immer, warum an denen vier Monate gedreht wird. Also weil da hast du das dann, da macht die Kamera sozusagen, da, da nimmt die Kamera auch jede sozusagen kleine psychologische Regung mit und so und das ist toll. Also ich liebe das auch, so ein Kino, das halt wirklich einfach Kino, Chinese Bewegung ist, so, ähm, ja, also würde ich auch gern hin. Ja, 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 ne, aber das, das wäre eigentlich auch mein Wunsch oder mein Traum, klar, dass man irgendwie es schafft, einerseits die Einschränkung lange halten zu können, aber gleichzeitig so eine Art von sanften Zug oder sanfter Bewegung immer so, deswegen, also für mich, meine Lieblingssequenzen sind dann zum Beispiel eben auch so Sachen wie, wie der Tanz, weil einfach die Kamera natürlich sich da automatisch irgendwie mitbewegen muss und das ist dann schön, wie alles sozusagen so, also für mich ist das auch dann so, sind das auch die Momente, wo dann es am schönsten wird, so. Ja, ich habe schon auf der Sicht die erste, hätte ich nur so eine Kamera-Fahrt rausgegeben. Welche, 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 von... Auf den Samurai, den Haus. Ah, ja, 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 nee, ich gebe dir recht, sicher, also so kann man auf jeden Fall, ja, ich stimme zu. Also ich habe zwei Sachen, die ich gut fand, also einmal die Bewegung vom, wie heißt der, Pit, Pit, Pit. Ja, wie er durch den Wald rennt. Ja. Und auch einmal, wie er so in den Wald hinein rennt, dazu, also das finde ich sehr gut gelungen, also wie ein Tier oder auch wie ein Zombie, dazu hätte ich eine Frage, hast du ihn da einfach machen lassen oder hatte er da gewisse Vorgaben? Und das andere, was er schon gesagt hat, was ich gut fand, was bestimmt bei vielen anderen Regisseuren oder anderen Schauspielern hätte umkippen können, war die Tanzszene. Die fand ich gut gelungen, weil das war sicherlich sehr schwer, das hätte leicht ins lächerliche kippen können und inwieweit gab es auch von deiner Seite da ganz klare Vorgaben oder hast du sie auch ein bisschen improvisieren lassen? Ich fange vielleicht mal mit der Tanzszene an, weil das hat mich komischerweise überhaupt nicht geschreckt. Also dass das jetzt lächerlich werden könnte, war für mich, das war sozusagen die Szene, auf die ich mich auch beim Drehen schon am meisten gefreut habe. Also tatsächlich, wo ich mir auch am wenigsten Sorgen gemacht habe, da bin ich dann so, dass ich das Gefühl habe, sozusagen, das ist ja genau, wo ich hin will. Also das ist ja jetzt genau so auf der Kippe sozusagen, wo es irgendwie schön ist und interessant und deswegen hat mich das jetzt vorher gar nicht so sehr geschreckt, muss ich gestehen. Und von wegen Improvisation und so weiter, also tatsächlich ist es so, dass der Grund, warum wir uns zum Beispiel für Michel, der den Polizisten Jakob spielt, entschieden haben, war während des Castings das Tanzen. Also wir haben während des Castings, das war für uns sehr wichtig, haben wir neben so Sachen, Szenen, die wir szenisch sozusagen improvisiert haben mit Pit, haben wir eine Sache gemacht, wo wir uns überlegt haben, okay, dieser Jakob, das ist so jemand, der ist so gefangen in sich, dass sozusagen sich in der Öffentlichkeit sozusagen so zu Musik zu bewegen, ist der absolute Horror, das würde er nicht tun, aber womöglich würde er zu Hause in seinem Zimmer, wenn ihn niemand sieht, irgendwie, wenn die Musik richtig ist, würde er sich bewegen und dann würde irgendwie diese Art von eingefangener Sensualität sich irgendwie so unbeholfen Bahn brechen und wie würde das wohl aussehen? Und haben wir ihm also Musik gegeben, zu der man eigentlich wirklich nicht tanzen kann? Das ist so ein Song aus dem Twin Peaks Soundtrack von Julie Cruz, Into the Night, sehr langsam, sehr so, also man kann dazu, und dann hat er angefangen und er hat wirklich ganz schön, finde ich, sozusagen so das wirklich verkörpert und das ist viel in dem Tanz auch einfach drin, also wir hatten keine Choreografen oder irgendwas, also es war eigentlich so, es war klar, okay, Michel entdeckt das einerseits sozusagen in sich, lässt das raus und führt damit gleichzeitig irgendwie sozusagen den Samurai, der eigentlich nur von ihm abnimmt und auf ihn reagiert, führt ihn da irgendwie sozusagen zu sich ran, dass so schwammig das klingt und die Musik war fertig, also wir hatten die Musik am Set schon, die war vorkomponiert, sodass also sozusagen es auch dann irgendwie sozusagen man so ein bisschen die Breaks von der Musik auch mit aufnehmen konnte und das war es schon, also gar nicht so eine Hexerei, also wirklich, aber ja, aber danke, freut mich, also ist auch meine Lieblingsszene. Am Schluss hat sich ja dieser Krampf gelöst und dann war er ja ganz animalisch. Ja, ja, genau. Was er vorher so zurückgenommen hat. Ja, ja. War er jetzt dann so abgelöst? Ja, ja, natürlich, klar. Ja, ja. Am Ende gibt es dann sozusagen, endlich entlädt sich das dann alles mal. Genau. Ja, ja. Jetzt noch weitere Fragen von Ihrer Seite. Ansonsten ist auf jeden Fall noch zu sagen, morgen ist ja Kinostart und falls Sie Freunde und Verwandte in Norddeutschland haben. So, ja, wir haben darüber gescherzt, dass irgendwie in Süddeutschland so ein bisschen schlecht bestückt ist mit so Screenings, also es gibt in München nicht ein Kino bisher, da müssen wir mal dran arbeiten. Die gucken diesen bayerischen Blockbuster, Winterkartoffelknödel. Oh, da habe ich noch nichts von gehört. Von Rosenmüller oder was? Nee, nee, nicht von Rosenmüller. Herr Herzog. Herr Herzog, genau, genau. Nee, der schafft es wiederum nicht. Ja, siehst du, so gibt es halt, ist doch, so gibt es halt. Der Weißwurst-Äquator. Nee, aber genau, also ab morgen läuft der Film in durchaus wenigen Kinos, aber er läuft. Man kann auf einer Homepage, die heißt, glaube ich, samurai-film.de, kann man sich die Termine unter anderem angucken. Es gibt eine Facebook-Seite, die man liken könnte, um mehr Informationen zu Screenings zu bekommen. Ja, und natürlich würde ich mich grundsätzlich freuen, wenn es gefallen hat, wenn man glaubt, das ist was, was man vielleicht sich angucken könnte. Erzählt es ruhig Leuten, fragt auch ruhig mal bei einem kleinen Kino in eurer Nähe nach. Sagt mal, spielt ihr auch mal den Samurai irgendwann? Das alles würde vielleicht auch dabei helfen, dass der Film sozusagen, wie ich schon gesagt habe. DVD gibt es ja. DVD sowieso, genau. Also das wird im Februar irgendwann wohl passieren. Blu-ray und DVD, genau. Aber ganz wichtig ist das erste Wochenende. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwo Freunde und Verwandte haben, dann alle reinschicken. Das ist ganz wichtig für den Film. Berlin gibt es ein paar Möglichkeiten, in Hamburg, glaube ich. Genau, muss man mal gucken. Ich habe es jetzt leider auch nicht im Kopf. Schlecht vorbereitet. Wir sagen schon mal ganz herzlichen Dank für den tollen Film. Till Kleinert, Dankeschön. Und auch an Rudolf Warschek. Und ich mache auch gleich noch Werbung für unsere nächsten Was tut sich in deutschen Filmveranstaltungen? Denn es geht gleich weiter mit Genre im weitesten Sinne. Denn einer der großartigsten Polizeithriller der letzten Jahre zeigen wir jetzt im November. Wir waren Könige, heißt der. Und wenn sie im Angesicht des Verbrechens von Dominic Graf machten, diese Miniserie, der packt das in zwei Stunden, hat man das Gefühl. Und das ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Das ist am 19. November. Und Ende November haben wir dann auch noch ein Symposium, auch mit einigen Leuten, die du kennst aus deinem Umfeld. German Mumblecore ist gerade die Bewegung, die im deutschen Film passiert. Das ist der Improvisationsfilm, der mit ganz, ganz wenig Mitteln ganz, ganz großartige Filme macht, die auch ganz viele Festivals gewinnen. Axel Rahnisch hast du schon erwähnt, Jakob Lass, Tom Lass. Sieben Leute, sieben der wichtigsten Vertreter dieses Mumblechors kommen hier nach Frankfurt. Und ich kann Ihnen das nur ins Herz legen. Wir zeigen Filme und diskutieren darüber, was das ist. Ich lehne mich aus dem Fenster. Ich sage, das ist das Nachfolgemodell zur Berliner Schule. Verpassen Sie das nicht. Und jetzt einen guten Nachhauseweg. Und sagen Sie den tollen Film weiter. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.